CB Donnerstag KW 46 2020, CBD, Cannabidiol, bei Rheuma. Woran denken die meisten von euch, wenn sie Rheuma hören, an ältere Personen, die sich schmerzgeplagt mühsam aus dem Sessel hieven, aber halt, Rheuma ist gar keine Alterserkrankung. Das Rheuma gibt es in diesem Sinne auch nicht. Und CBD kann mit ziemlicher Sicherheit den Betroffenen etwas Gutes tun. Ihr seht, wir haben schon wieder einigen Gesprächsstoff für den heutigen CB Donnerstag. Plant es, willkürliches CBD-Verbot, CB bleibt. Übrigens sei noch am Rande erwähnt, die EU-Kommission plant weiterhin, den nicht-psychoaktiven Wirkstoff der Hanfpflanze Cannabidiol als Betäubungsmittel einzustufen. Wobei der nicht-psychoaktive Wirkstoff fast schon ein wenig skurril klingt in Anbetracht der Tatsache, dass Hanf zwar hunderte Pflanzenstoffe enthält, aber nur ein einziger psychoaktiv wirkt, nämlich das THC. Warum nun das CBD als Betäubungsmittel gelten soll? Nun, da gab es 1961 ein Einheitsübereinkommen über Suchtmittel, in welchem Extrakte und Tinkturen von Cannabis aufgelistet ist. Und da hier niemanden der CBD und THC-Gehalt der betreffenden Erzeugnisse interessiert, wird es per se als Suchtmittel eingestuft, weil man 1961 diese Ansicht vertreten hat. Während man sonst Fortschritt und Entwicklung proklamiert und Studien am liebsten dann gültig sind, wenn sie übermorgen durchgeführt werden und vorgestern Ergebnisse liefern, aber bitte gleichzeitig. Aber Cannabis war schon 1961 Pfui und muss es folgerichtig noch immer sein, und zwar bitte alles, was jemals aus dieser schändlichen Hanfpflanze gewonnen wurde, muss man jetzt nicht verstehen. Falls es wer versteht, bitte mich aufklären. Ahm, ich verzettle mich gerade thematisch. Trotzdem, bleibt Rheuma, keine Alterserkrankung. Am häufigsten werden rheumatische Erkrankungen um das 40. Lebensjahr diagnostiziert, bei Frauen häufiger als bei Männern. Rund jeder Dritte leidet einmal in seinem Leben an rheumatischen Beschwerden. Ich sage bewusst rheumatische Erkrankung e. N., da man rund 100 verschiedene Formen unterscheidet. Die zähle ich euch jetzt alle in alphabetischer Reihenhennfolge auf. Halt, hier geblieben, ihr kennt mich doch schon. Aber ich kann euch sagen, was alle Formen gemeinsam haben, nämlich Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Die Erkrankung betrifft hauptsächlich Gelenke, Knochen und Bindegewebe und kann in drei Hauptkategorien unterteilt werden. Erzündliche rheumatische Erkrankungen, z.B. Arthritis, Orbus Bechterif. Nicht-entzündliche rheumatische Erkrankungen, z.B. Arthrose, Fibromyalgie, stoffwechselbedingte rheumatische Erkrankungen, z.B. Gicht. Die entzündlichen Prozesse werden durch Fehlreaktionen des Immunsystems, sogenannte Autoimmunerkrankungen, ausgelöst. In manchen Fällen können auch die Haut und innere Organe davon betroffen sein. Die Schmerzen sind meistens an Tageszeiten gebunden, in der Nacht, wenn man sich länger nicht bewegt hat. Vor allem morgens sind die Gelenke steif für länger als 30 Minuten. Die betroffenen Gelenke sind auch oftmals gerötet oder geschwollen. Üblicherweise sind nicht alle Gelenke betroffen, sondern einzelne, auch Muskeln, Sehnen und Binderschmerzen dabei. Auch bei nicht-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen kann es zu Entzündungen kommen, aber nicht als Auslöser, sondern als Folge der Erkrankung. Innere Organe oder die Haut sind bei diesen Formen praktisch nie betroffen. Zu dieser Form der Erkrankung kann es beispielsweise in Folge von Unfällen, Übergewicht oder Überlastung durch monotone Haltung, beruflich, kommen. Die Schmerzen treten hauptsächlich bei Belastung auf. Die Steifigkeit verbessert sich durch Bewegung. Rheuma rasch diagnostizieren lassen. Es ist wichtig, dass rheumatische Erkrankungen rasch diagnostiziert werden, damit irreparable Schäden an den Gelenken vermieden werden. Außerdem ist eine adäquate Schmerztherapie und die Erhaltung der Gelenksfunktion wichtig für die Lebensqualität. Der Hausarzt ist die erste Anlaufstelle. Eine Blutabnahme gibt Aufschluss. Auch eine Röntgenuntersuchung wird oftmals durchgeführt. Oftmals überweist der Hausarzt auch an einen speziellen Facharzt für Rheumatologie für weitere Diagnostik und Therapie. Welche Therapie zum Einsatz kommt, hängt von der Art der Rheumaerkrankung ab. Gegen Schmerzen kommen oftmals NSAR, nicht steroidale Antirheumatika, zum Einsatz. Sind diese nicht mehr ausreichend, greift man auf Opioide zurück. Um den Krankheitsverlauf selbst zu beeinflussen, wird häufig mit Cortison behandelt. Es stehen auch verschiedene Basistherapeutika zur Behandlung des Krankheitsverlaufs zur Verfügung. Heilgymnastik und physikalische Therapie sind ebenfalls wichtige Bausteine in der Rheumatherapie. Ernährungstechnisch wird Rheumapatienten oft empfohlen, möglichst wenig Wurst und Fleisch zu essen, da die enthaltene Arachidonsäure entzündliche Reaktionen fördert. Stattdessen sollte öfter Fisch gegessen werden. CBD bei Rheuma. Regelmäßige Leser des CB Donnerstags? Wo ich euch ja alle einstufen darf, haben wahrscheinlich bereits bei den Worten entzündlich und Schmerzen gewusst, worauf ich, wieder einmal, hinaus will. Natürlich ersetzt das CBD nicht die vom Arzt verschriebene Rheumamedikation. Also bitte keine Selbstversuche starten, nichts ohne Absprache weglassen oder reduzieren. Es ist aber durchaus möglich, dass nach einiger Zeit der Einnahme von CBD-Öl eine Reduktion der Schmerzmedikation vorgenommen werden kann. Das würde eine enorme Entlastung von Leber, Ihre und Verdauungstrakt bedeuten. Schmerzbedingt leiden Rheumapatienten oftmals unter einer gestörten Nachtruhe. Auch hier kann CBD-Öl vor dem Zubettgehen hilfreich sein, da es schlaffördernd wirkt. Und natürlich muss auch einmal das Endokannabinoid-System erwähnt werden. Ihr wisst schon, die Andock-Zentrale für Cannabinoide. Letztlich geht es auch von dort aus, dass Entzündungen gedämpft werden. Aus dem Lehrbuch zitiert würde das heißen, dass durch die Aktivierung der Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2 die Verhaltensreaktion auf schädliche Reize unterdrückt wird. Da es von CBD verschiedene Darreichungsformen gibt, ist es bei Rheumatoidenerkrankungen durchaus auch empfehlenswert, eine CBD-hältige Creme zu probieren und das Schmerzhändegelenk damit zu behandeln. Auf einen möglichst hohen CBD-Gehalt ist zu achten, Nebenwirkungen sind keine zu erwarten, wie auch bei allen anderen CBD-Produkten. Beim Kauf von CBD-Öl solltest du stets auf zertifizierte Händler, wie zum Beispiel Nordic Oil, setzen. Nur hier hast du die Garantie, dass es sich um ein hochwertiges Produkt frei von schädlichen Zusatzstoffen oder synthetischen Ersatzstoffen handelt.